Am vergangenen Wochenende machte der Besuch von Präsident Erdogan Schlagzeilen in Deutschland. Der Besuch des türkischen Präsidenten erfolgte auf eine Einladung des deutschen Bundeskanzlers hin, die Olaf Scholz nach der Wiederwahl Erdogans im Mai ausgesprochen hatte. Es ist der erste offizielle Deutschlandbesuch des türkischen Staatschefs seit fünf Jahren. Und in was für eine Zeit hineinkommt er. Erdogan sieht sich als Erbe des Osmanischen Reiches, das nach dem Ersten Weltkrieg gefallen war und aus dessen Überreste die türkische Republik entstanden ist, Stichwort Atatürk. Bis heute noch träumt Erdogan davon, eben dieses Reich wieder in seiner ehemaligen Größe aufzurichten, zu vergrößern und damit verbunden eine neue, weitere islamische Herrscherperiode zu erfüllen. Er selbst steht für den muslimischen Anteil des Islams, der dem Sunnitentum anhängt. Und hier haben wir ein paar Aussagen. Erdogans, die im letzten Ausdruck seines islamischen Glaubens und Motivation auf politischer Ebene geben, so zum Beispiel 1998 in einer der Wahlkampagnen sagt er, die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufsteigen, bis wir am Ziel sind. Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette, unsere Bajonette, die Kuppeln, unsere Helme und die Gläubigen, unsere Soldaten. Ein Gedicht, was er in dieser Rede aufnimmt und so auch auf seine politische Agenda schreibt. 2013 in der UN-Konferenz in Wien sagt er, so wie das für Zionismus, Antisemitismus und Faschismus gilt und worauf er raus möchte, ist im Letzten, das alles gleichzusetzen als ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Dazu zählt er den Zionismus. Das heißt, die Tatsache, dass man dafür einsteht und das vertritt, dass Israel ein Existenzrecht im Nahen Osten hat, bezeichnet er als Verbrechen. Und jüngst bezeichnet er Israel immer wieder als Terrorstaat, sowohl vor als auch nach seiner Visite in Deutschland. Ja, er finanziert und unterstützt aktiv den Terror durch die Hamas. So sagt er über die Nazi-Hamas. Die Hamas ist keine Terrororganisation, sondern eine Befreiungsgruppe, die für den Schutz ihres Landes und ihre Bürger kämpft. Jeder, der den Islam, die Aussagen Erdogans oder auch die Ereignisse rund um den 7. Oktober, in Israel verfolgt, muss diese antidemokratischen, ja antisemitischen und anti-judaistischen Aussagen Erdogans vehement widersprechen. Aber wie kommt es, dass Erdogan nach Deutschland kommen darf, wo Israels Sicherheit angeblich Staatsräson ist? In folgenden Minuten werden wir uns mit den Hintergründen und mit den Lehren des Islams beschäftigen, um derartige Aussagen und Ereignisse im richtigen Licht zu verstehen. Wenn wir aber über den Islam sprechen, steht am Anfang eine besondere Frage. Die Frage nämlich, wenn wir über den Islam sprechen, wo die Anfänge zu finden sind. Es gibt viele Menschen, die an dieser Stelle sagen, ja, das geht im letzten Jahr auf Mohammed zurück, wo unsere Überzeugung nach der Islam im letzten Jahr auch begonnen hat, im 7. Jahrhundert mit Mohammed gegründet wurde. Die Muslime selber aber führen sich laut ihrer Überzeugung auf Ismail zurück und sagen im letzten, dass ihre Linie von Abraham über Ismail im letzten dann zu Mohammed ging. In 1. Mose 12 finden wir dafür eine sehr einschneidende Geschichte. Und ich möchte an dieser Stelle darauf verweisen, Pastor Nesvogel hat vor einiger Zeit eine Predigt gehalten mit dem Titel von Ismail zum Islam, Fragezeichen, wo er dieser Thematik auch nochmal nachgeht. Ich möchte an dieser Stelle aber Folgendes anfügen. 1. Mose 12 beschreibt die Genese von Abrahams Glaubensleben. Abraham, der Patriarch, der Stammvater Israels, nach Hebräer 7, Vers 4. Gott hatte ihn aus dem Heidenvolk herausgeholt, um ihn als Segenskanal für die Welt zu separieren, zur Seite zu setzen. Um damit verbunden seine Segenslinie, nach 1. Mose 3, Vers 15, hat er angekündigt, dass eines Tages ein Retter kommen wird, der Messias, um genau diese Linie fortzusetzen. Und wenn wir 1. Mose 12 mit diesem überragenden Anfang finden, wo Gott nochmal den Segen auf Abraham legt und sagt, ich will segnen, die dich segnen, verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Dann wird es doch etwas Besonderes, wenn wir zum Ende des Kapitels kommen, wo wir eine Trübung dieses Glaubensvorbildes finden. Abraham wird abgesondert, er soll nach Kana angehen, aber in Vers 10 finden wir dieses mutigen Glaubensheldens schon einen ersten Schritt zurück. Aufgrund einer Hungersnot weicht er aus nach Ägypten. Ohne jetzt explizit den Auftrag Gottes dazu bekommen zu haben. Und es geht noch weiter, wir erfahren nämlich, dass er inmitten dieser Situation zu einer Aussage sich treiben lässt, die ihn und seiner Frau noch zum Verhängnis wird. Und zwar ist es so, dass er weiß, dass seine Frau schön ist und er Angst hat, dass ihm etwas widerfährt, wenn er sie als seine Frau ausgibt. Und so einigt er sich mit seiner Frau und sagt, dass im Letzten sie das nicht kundtun. Es geht ihm bezüglich deshalb gut. Er lebt eine Halbwahrheit an dieser Stelle und eine Halbwahrheit ist nicht irgendwie eine halbe Wahrheit, genauso wenig, wie man nur ein bisschen schwanger sein kann. Entweder man ist schwanger oder nicht, entweder es ist eine Wahrheit oder es ist eine Lüge. Und er lebt in dieser Aussage mit seiner Frau, die er nicht als seine Frau preisgibt. Und es geht ihm gut. Und er bekommt in Vers 16, jetzt wird es entscheidend, er bekommt Rinder, Schafe, Esel, Knechte, Eselinnen, Kamele und was habe ich vergessen? Mägde. Erster Mose 12, Vers 16 spricht von ägyptischen Mägden, die ihm zuteil werden. Es ist sehr entscheidend. Wir hören dann später, dass das auffällt, das Vorhaben, dass der Pharao plötzlich erfährt, dass Abram und Usari, ja, dass es seine Frau ist und er schickt sie, er muss ihn zurechtweisen und sagt, warum hast du mir das angetan? Und er schickt sie zurück. Und sie gehen mit all der Habe, die Abram hat, sie gehen weiter und nehmen die Knechte, die Mägde mit. Und dann wenige Kapitel später, in Kapitel 16, kommen wir nochmal zurück auf diese Tatsache, dass Mägde mitgekommen sind. Erster Mose 16, Vers 1. Und Usari, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder, sie war unfruchtbar, aber sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Haga. Wahrscheinlich war das eine der Mägde, die sie in Ägypten bekommen haben, aufgrund dieser Situation. Und aus dieser Haga kommt im letzten Ismail von denen, laut der Überzeugung der Muslime, sie sich ableiten. Wobei ich, wie gesagt, nochmal auf diesen Vortrag, die Predigt von Pastor Nesvogel und Ismail zum Islam-Fragezeichen hier verweisen möchte. Und vor diesem Hintergrund wollen wir uns jetzt diesem Thema widmen. Woher kommt der Islam? Was sind die Beweggründe? Was hat es mit Mohammed auf sich? Und ich denke, man muss die Aktualität nicht unbedingt lange ausführen, denn der Ostkonflikt, die Flüchtlingsströme, bringen im letzten die Situation vor unserer Haustür, dass wir uns mit dem Islam auseinandersetzen, mit Muslime auseinandersetzen und fragen, was lehrt der Islam? Und das möchten wir an diesem Abend, unter diesem Gesichtspunkt auch tun, denn es gibt die Überzeugung, dass man sagt, ja Muslime, beziehungsweise der Islam, nicht Muslime, sondern der Islam lehrt das, dass gewalttätig sein, im letzten zum Dschihad führt, dass Frauen unterdrückt werden dürfen, dass Antisemitismus propagiert wird. Ja, und wenn man dann mit Muslimen darüber spricht, dann wird gesagt, ja, wo steht das denn bitte? Wo steht das? Und dann fehlen häufig die Argumente und wir möchten heute mal den Islam untersuchen und die Fakten uns zu Gemüte führen und dafür gibt es ein Handout, die das, was ich jetzt im Folgenden ausführe, da ist einiges an Materiales, eine Hilfe fürs Gespräch sein sollen. Das heißt, die Belege, die ich jetzt anführe, die sind unter diesem Video verlinkt, unter einem Handout, das kann man sich aufs Handy einfach parat halten, um dann in der Diskussion entsprechend auch Positionen zu beziehen und ja, auch schlagkräftige Argumente dafür zu haben. Ich kann nur einen Bruchteil herausnehmen aus diesen Punkten, die wir jetzt näher anläutern und wir möchten das tun, indem wir den Islam im Lichte der Bibel erläutern und uns anschauen. Und das machen wir aus einem ganz konkreten Grund, weil die Heilige Schrift, die Bibel Gottes Wort selber sagt in Psalm 119, dass Gottes Wort eine Leuchte, eine Kerze für unseren Fuß ist. Das heißt, wir sehen den nächsten Schritt und es erleuchtet unser Zeitgeschehen, es erleuchtet die Situation, in der wir stehen, in der wir uns verhalten müssen. Derselbe Psalm sagt in Vers 130 später, dann die Eröffnung deiner Worte erleuchtet und gibt den Unverständigen Einsicht. Und genau um diese Erleuchtung, und um diese Einordnung wollen wir ringen, indem wir Gottes Wort dafür zurate ziehen, das wiederum in 2. Petrus 1, Vers 19 davon spricht. Petrus sagt hier, und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort, an der Bibel. Und er sagt, ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint. Ja, auch hier im Abendland. Bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Und das wollen wir zurate ziehen, um uns jetzt etwas näher mit dem Islam zu beschäftigen. Und ich möchte vorweg ein paar Begriffserklärungen machen, die ich jetzt anführen werde. Und da kann man später auch nochmal darauf zurückgreifen, wenn man möchte. Der Koran, das Buch der Muslime, das ist ein Wort, was im Letzten aus dem Arabischen kommt. Und das zu rezitieren, der bedeutet, das kommt tatsächlich vom arabischen Wort, was auch mit einer Perikope zusammenhängt, also etwas, was immer wieder aufgebracht wird, rezitiert wird. Und so ist es bei den Muslimen auch. Viele Muslime lernen den Koran auswendig, ohne ihn wirklich zu verstehen, sondern einfach, um ihn zu rezitieren. Eine Sure, das ist ein Kapitel, der Koran besteht aus mehreren Suren, 114 an der Zahl, mehreren Kapiteln. Wir kommen da noch drauf zu sprechen. Eine Eier ist ein Vers. Und dann gibt es jetzt im Islam nicht nur den Koran, sondern auch die sogenannten Überlieferungen, die Hadithen. Oder Hadith ist eigentlich die Mehrzahl. Eine Hadith ist eine Erzählung, die überliefert wurde über Mohammed. Und über diese Hadith versteht man laut der Überzeugung der Muslime den Koran erst richtig, um entsprechend dann auch die Aussagen Koran richtig einzuordnen. Und deshalb werden häufig Hadithen hergezogen, um die Koran-Kapitel auszulegen. Eine Scharia, das ist die Gesamtheit des islamischen Gesetzes. Und genau, darauf drängt im Letzten der Islam auch hin zu einem muslimischen Gesetz, die Scharia, die im Letzten dann auch Grundsatz der Politik wird. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Der Dschihad, das bezeichnet zunächst eine individuelle oder konnektive Bemühung, aber inwiefern diese Bemühung sich ausdrückt, das werden wir gleich noch näher studieren. Und ja, dann haben wir noch Takiyah, auf das kommen wir auch noch zu sprechen, die Furcht, die Vorsicht oder auch eben die List und wie sich das im Einzelnen kennzeichnet, das schauen wir uns gleich noch näher an. Bevor wir uns die Agenda angucken, einmal noch mal das Folgende. Es gibt eine Surah aus Surah 33 mit einer Eier Vers 21. Ihr habt, ja, heißt es, im Gesandten Allahs ein schönes Vorbild und zwar für einen jeden, der auf Allah und den jüngsten Tag hofft und Allahs viel gedenkt. Das heißt, wenn wir den Islam verstehen wollen, dann müssen wir die Biografie Mohammeds verstehen. nicht sehr direkt die Rede von Ismail. Mohammed wird hier als das Vorbild vor Augen geführt, wo Allah gesagt haben soll, okay, schau, wenn ihr wirklich ein Vorbild haben wollt, dann müsst ihr Mohammed studieren. Und deshalb ist der Koran und Mohammed zu unzertrennbar miteinander verwoben. Und darauf müssen wir deshalb auch näher eingehen, auf seine Biografie, um sein Leben besser auch zu verstehen, beziehungsweise die Lehren des Islams. Die Koranübersetzung, die ich hier zugrunde lege, ist die von Max Henning und auch vom Goldman Verlag. Die weichen ein bisschen von den Verszählungen ab. Das heißt, wenn man das nachschlagen möchte, gerne auch mal ein Vers vorher oder nachher nachschauen, um dann die Stellen entsprechend zu finden. Ja, ich möchte fortfahren mit einer Aussage, die etwas zugespitzt ist. Nach Jesus Christus gibt es wohl kaum eine Figur, abgesehen von Mohammed, die noch so viele Menschen beeinflusst haben mag. Und damit habe ich noch nicht zum Positiven oder Negativen gesagt. Ich denke, nach diesem Vortrag wird sich diese Bewertung dann auch ergeben. Und ja, es gibt ein arabisches Sprichwort, das sagt, ein Fluss steigt nicht höher als seine Quelle. Und Jesus sagte mal im Neuen Testament, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Und genau so müssen wir das auch bei Mohammed verstehen, dass die Muslime Mohammed nacheifern, weil das ihr letztendliches Vorbild ist, wie wir auch in dieser Sure 33 hier gelesen haben. Und deshalb brauchen wir seine Biografie, die wir uns anschauen wollen, anhand dieser Agenda. Wir gucken uns seine Berufung in Mekka an, beziehungsweise die Berufung, seinen Dienst dann auch in Mekka, beziehungsweise in Medina, die Übersiedlung, der Aufstieg dort. Und wir kommen dann am Schluss zu dem Fazit. Bevor ich darauf eingehen möchte, müssen wir uns aber noch mal kurz die Situation vor Augen führen, in der Mohammed gelebt hat. Wir sehen hier den Orient zur Zeit Mohammed. Wir sind im frühen Mittelalter. Das christianisierte Römische Reich ist bereits in zwei Teile verfallen und mit sich selbst beschäftigt. Das sogenannte Byzantiner Reich ist noch recht junger Gestalt und da regt sich schon im Nahen Osten der Beginn einer neuen Epoche, welche später dem byzantinischen Zeitalter den Todesstoß versetzen wird. Ja, wir sind in einer Gegend, einer trockenen Gegend, Maximalwerte von 50 Grad Celsius, Jahresdurchschnittstemperatur, auf 28 Grad. Wir sind im 6. und 7. Jahrhundert. Auf der arabischen Halbinsel gab es eine sehr starke, ein verbreitetes Heidentum mit viel Götterei. Und gerade Mekka war ein großer Wallfahrtsort. Man sprach von über 360 Gottheiten und darunter unter anderem auch Gottheiten Allat, Manat, Al-Usa und auch Allah. Es herrscht in der damaligen Zeit große Furcht vor der Geisterwelt. Ja, viele Schutzzauber wurden gebraucht, der sogenannte böse Blick, den man heute hier und da noch als Talisman vorfindet. Man muss verstehen, dass im Volksislam viele Okkulte und Mythen, viele Okkultismus und Mythen zu finden sind. Und das rührt unter anderem auch daher. Und wir sehen uns jetzt Mohammeds Biografie an und wir haben an dieser Stelle die einzelnen Punkte hier, die wir uns, ja, an denen man sich so ein bisschen entlanghangen kann, was einschneidende Ereignisse in seinem Leben gewesen sind und natürlich nur einzelne. Aber auf einige davon werden wir eingehen. Wir starten jetzt mit diesem ersten Punkt, indem wir uns, ja, die Geburt und die Berufung Mohammeds anschauen. Wir kommen dann auf zwei Exkurse auch nochmal zu sprechen. Von diesen Exkursen wird das Material entsprechend auch in dem Handout unter diesem Video auch zu finden sein mit dem Material, mit den Zitaten, die ich auch vorbringen werde. Wir sind im Jahr 570 nach Christus in Saudi-Arabien, in Mekka, wurde Mohammed geboren. In diesen arabischen Stamm der Quraysh. Und sein Vater Abdallah, er stirbt dann auch relativ schnell. Seine Mutter stirbt, als er sogar sechs Jahre alt war. Er wird eigentlich als Weise erzogen von seinem Opa väterlicherseits und er wächst eigentlich in recht ärmeren Verhältnissen auf. Wenig ist eigentlich bekannt aus seiner Kindheit. Wird aber auch gesagt, dass er so etwas wie elliptische Anfälle hatte. Das wird zumindest auch von einer Person gesagt, die in früherer Zeit auch mit sich um ihn gekümmert hat. Die sogar auch angeführte, dass da irgendwie etwas wohl gewesen sein soll, wie dass er besessen sei. Weil sein Verhalten so merkwürdig gewesen sein soll. Er war selber Teil einer Sippe, die auch kaufmännisch tätig war. Woran sich Mohammed später im Übrigen dann auch noch üben würde. Und dies führt dann zu einem einschneidenden Ereignis, dass er ihn prägen würde, nämlich die Heirat. Mit 25 Jahren, 595 nach Christus, heiratete er eine 15 Jahre ältere, reiche Handelskauffrau namens Khadija bin Kuwait. Und interessanterweise war sie wahrscheinlich so diejenige, die den Hut auf hatte. Denn er hatte keine weitere Frau zur Seite, was damals üblich war. Solange sie zusammen waren, hat er keine weitere Frau gehabt. Sie hatten einige Kinder, die dann auch verstarben. Und ja, wir kommen zu dem, was im Letzten seine Berufung betrifft. Mohammed hat den, so lernen es die Muslime, den Koran empfangen. Wir sehen hier einmal die Aufteilung des Korans. Man muss den Koran, und wir kommen gleich zur konkreten Berufung, aber einmal kurz zum Koran. Er besteht aus 114 Suchen, aus 114 Kapiteln. Und man sagt, dass diese Offenbarungsereignisse 610 nach Christus begonnen haben in Mekka. Und wenn wir mal schauen, wie der Koran aufgebaut ist, der ist nicht chronologisch sortiert. Al-Fatihah, das erste Kapitel, ist ein sehr kurzes Kapitel. Das ist quasi das Glaubensbekenntnis, beziehungsweise noch eher eine Bitte, dass Gott die Muslime bewahren möge, vor denen, die in die Irre gegangen sind. Und damit meinen sie im Letzten die Juden und die Christen. Und wenn wir dann die anderen Kapitel anschauen, vor allem das zweite Kapitel und die folgende, sind das unglaublich lange Suren. Das heißt, der Koran ist, wie gesagt, nicht chronologisch sortiert, sondern der Länge nach, er fängt lang an und wird quasi von Sure zu Sure immer kürzer. Hier haben wir aber eine chronologische Reihenfolge, die jetzt im Laufe des Vortrags noch recht wichtig ist, nach Nöldecke, wo wir quasi eine zeitliche Einordnung, zu welcher Zeit er was gesagt hat, mal vorfinden. Das wird sehr wichtig sein im Verlauf, das in den Islam besser verstehen und beurteilen zu können. Mohammed hatte seine erste Offenbarung ca. 610 n. Chr. gehabt und es wird von Muslimen gesagt, dass er sie vom Engel Jibriel, dem, sie sagen, es war Gabriel, bekommen haben soll. Und interessant ist, wenn wir uns jetzt mal zu Gemüte führen, wie es zu diesen Ereignissen kam und was da weiter zu beschrieben wird. Dazu erfahren wir von der Hadith Sahih al-Bukhari 810 bis 870, dass Mohammed in einer Höhle, in einem Berg Hira war und es soll, er hat dort meditiert oder ähnliches und es soll über ihn plötzlich ein Schrecken gekommen sein und er sagte, dass es der Engel Gabriel gewesen sein soll, der ihn gewürgt haben soll und ihm etwas vorhielt und er sollte es lesen, aber Mohammed konnte es nicht lesen und er sagte doch immer wieder, lies. Hieraus leitet sich übrigens diese Koran-Verteileraktion der Salafisten ab, die auch hier in Deutschland vor einiger Zeit stattgefunden hat. Gabriel, so sagt es, die Überlieferung sagt lies und er kann es nicht lesen und dann, so sagt es, die Überlieferung kann er es doch irgendwie lesen und er empfängt quasi den Koran Stück für Stück mit ihm da etwas offenbar und nach diesem einschleidenden Ereignis, wo er gewürgt worden sein soll, habe Mohammed Selbstmordgedanken gehabt, glaubte er sei von bösen Geistern besessen, er konnte es selbst nicht einordnen. Allerdings war es dann so, dass seine Frau Hadidja ihn davon überredete, dass das nicht irgendwelche Einflüsse des Teufels gewesen sein sollen, sondern göttliche Eingebungen. Und von da an kam es zur Karriere Mohammeds. Wir schauen uns hier die Offenbarung in Mohammeds etwas näher an in diesem ersten Exkurs, was die Quelle dessen war und dazu möchte ich eine erste Quelle hervorbringen, nämlich eine Hadith aus Sahir al-Bukhari aus dem dritten Buch aus dem Volume 3 aus dem Buch 47 und dort bekommen wir etwas über Mohammeds Leben gesagt, eine Auseinandersetzung aus späterer Zeit, die er mit seinen anderen Frauen hat. Er hatte dann nach Hadidja auch andere Frauen, über zehn Frauen und er hatte eine Lieblingsfrau, das war Aisha und die anderen Frauen fragten sich immer wieder, wie kommt es dazu, dass Aisha seine Lieblingsfrau sei und es kam dann dazu, dass sie eben eine Dame hinschickte und erfragen ließen, wie es dazu kam. Mohammed wollte es zuerst nicht sagen, dann kam es aber tatsächlich dazu, als sie immer wieder bohrten, dass Mohammed eben zu ihr dann sagte, bekümmert mich nicht in Bezug auf Aisha, denn die göttliche Eingebungen, also die Offenbarungen, kommen zu mir auf keinem der Betten außer dem von Aisha. Er sagt damit, dass er seine Offenbarung großteils auf dem Bett von Aisha bekommen haben soll. Es wird darüber hinaus gesagt, dass Mohammed 619 ein weiteres einschneidendes Erlebnis gehabt haben soll, wo er eine Offenbarung bekommen haben soll, die später dann auch diese bezeichnenden satanischen Verse bekommen hat und zwar ist das eine Offenbarung gewesen, in der er drei weiblichen Gottheiten, die die Heiden damals vertraten, nämlich Allat, Manat und Al-Usa, eine gewisse Gottheit zuerkannt hat, ein Fürspracherecht, wo er dann später wieder widerrufen hat. In diesem Kontext finden wir auch Sura 53 und findet sich auch Sura 53 einzuordnen. Er dachte erst, es sei von Engel Gabriel und sagte dann im nächsten Moment, nein, das ist der Satan gewesen, der mir was Falsches da eingeflüstert haben soll und daraus haben sich dann die sogenannten satanischen Verse ergeben und das ist insofern interessant, weil wir von Ibn und Isaac Folgendes überliefert bekommen haben und darauf bezieht sich das im Letzten auch, was die satanischen Verse betrifft. Hast du an Allat, an Al-Usa und Manat gedacht, den Dritten, das sind die Erhabenen und dann wird jetzt ein Begriff gebraucht, der auch für diese drei stand, deren Fürsprache anerkannt wird. Also das ist sozusagen diese Aussage, die Mohammed wohl gesagt haben soll, wo später dann widerrufen wurde, dass er das nicht gesagt haben soll beziehungsweise es nicht eine göttliche Offenbarung ist. Warum ist das interessant? Und weil Mohammed später eine Eier, ein Vers bekommt, in dem ihm Allah quasi die Legitimation gibt, dass er auch mal etwas Falsches sagen kann und im Letzten davon Satan versucht wurde. Und so steht in Suche 22 Folgendes, wir haben noch keinen Gesandten oder Propheten vor dir, nämlich Mohammed, geschickt, welchem nicht, wenn er vorlas, der Satan irgendeinen Irrtum in seine Vorlesung eingestreut hätte, aber Allah wird vernichten, was der Satan eingestreut hat. Was heißt das? Das heißt, es kann Widersprüche geben und Allah sorgt dafür, dass es wieder quasi ausgemerzt wird. Im Letzten hat sich damit verbunden auch ein gewisses System im Koran etabiert, nämlich die sogenannte Abrogation. Abrogation kommt aus dem Lateinischen und meint wieder Ruf oder Aufhebung. Und das meint im Letzten, wenn Mohammed etwas gesagt hat und danach was anderes sagt, dann hat das, was er danach gesagt hat, den stärkeren Stellenwert und insofern das zu jüngst geoffenbarte, wenn es sich mit dem vorherigen widerspricht, die finale Deutungshoheit. Das nennt sich Abrogation. Deshalb ist die jüngere Sure stärker als die ältere Sure, die möglicherweise etwas anderes hat. Ganz wichtig, wenn wir nachher noch auf das Thema des Dschihad zu sprechen kommen. Und ein Vers haben wir nochmal dafür für die Abrogation aus Sure 2. Da sagt Allah, was wir an Versen aufheben oder in Vergessenheit geraten lassen, wir bringen bessere oder gleichwertige dafür. Weißt du denn nicht, dass Allah zu allem die Macht hat? Genau dieser Vers spricht von der Abrogation, der Aufhebung. Und an dieser Stelle nochmal der Verweis auf die Chronologie des Korans, auf die Einteilung, die wichtig ist, zu verstehen, um inhaltlich auch die richtige Wertung vorzunehmen, was das Gewichtigste im Letzten ist und was die Deutungshoheit hat. Und an dieser Stelle wollen wir das Licht der Bibel auf diese Darlegung bisher einmal leuchten lassen und uns fragen, was sagt die Bibel dazu? Die Heilige Schrift sagt in Galater 1, Vers 8, Paulus sagt das, selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würde, als das, das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Paulus sagt damit, wenn ich euch irgendwas anderes bringen würde, als das Evangelium, was ihr von uns beziehungsweise von Jesus Christus empfangen habt, dann flieht vor ihm. Selbst wenn es ein Engel ist, das hat Paulus geschrieben, bevor er Mohammed den Koran geschrieben hat. 2. Korinther 11, Vers 14, da sagt Paulus, und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als Engel des Lichts. Interessant. Und was erfahren wir aus Lukas 1, Vers 30, wo die Rede davon ist, dass Maria die Offenbarung von Gabriel bekommt und die Botschaft, dass sie schwanger werden wird? Fürchte dich nicht, Maria. Fürchte dich nicht. Ja, der Engel ist furchteinflößend, aber er sagt, fürchte dich nicht. Das fehlt in dieser Beschreibung der Offenbarung des Korans. Wir haben andere Stellen, 5. Mose 13 und Kapitel 18, wo gesagt wird, dass wenn einer kommt, der sagt, dass er ein Prophet ist, dann ist er ganz klar an seinen Aussagen zu messen. Wenn er was Falsches sagt, was nicht eintrifft und was nicht richtig ist, dann ist er auch kein Prophet. Darüber hinaus möchte ich auf Matthäus 17 noch verweisen, die auch Licht auf diese Offenbarungsart und Weise, wie es Mohammed ergangen ist, gibt. Und ja, diese Einordnung soll uns schon einen ersten Hilfeschritt geben, den Koran und den Islam richtig zu verstehen. Und ich möchte bei dem jetzt auch nochmal anfügen, bei all dem, was ich jetzt noch anmerke, auch zu den einzelnen weiteren Exkursen. Viele Muslime sind sich dessen nicht unbedingt bewusst und wir werden später noch sehen, dass wir auch sagen können, Gott sei Dank nicht bewusst, dass sie das so nicht bis ins Letzte so glauben oder auch praktizieren, womit wir uns freuen. Ich freue mich darüber, wenn ein Muslim das nicht so sieht, was wir jetzt gleich noch über Mohammed und auch seine Lehren sehen werden. Und deshalb müssen wir an dieser Stelle unterscheiden. Aber was wir jetzt uns anschauen, ist das, was im Letzten der Islam in seiner Wurzel, in seiner Radikalität, radikal heißt ja im Letzten einfach Wurzel, meint und vertritt. Und da kommen wir jetzt zum nächsten Moment. Wir müssen uns noch einmal ganz kurz den Orient zur Zeit Mohammeds anschauen, bevor wir jetzt zu seiner Zeit von Mekka über nach Medina kommen. Es ist nämlich so, dass Mohammed in diesem Orient lebte und wir sehen eins, zwei und drei diese Punkte, die auch hier etwas schraffiert sind, doppelt schraffiert sind. Dort gab es so etwas wie christliche Gemeinschaften. Und ich sage bewusst Gemeinschaften und auch christliche in Anführungsstrichen, weil das waren die Nestorianer, das waren Leute, die was mit dem Christentum zu tun hatten am letzten in der Sekte waren und auch eine Irrlehre und Irrlehren vertraten. Und das müssen wir uns ganz klar vor Augen halten. Warum? Weil wenn wir den Koran lesen, wir ein komplett anderes Verständnis von Jesus bekommen und auch sehen, dass Mohammed wohl gar nicht richtig mit wirklichen Christen in Kontakt hatte, weil er gewisse Lehren hier vorbringt, die gar nicht so in der Bibel stehen. Und deshalb möchten wir einen zweiten Exkurs starten und uns der Frage einmal stellen, da jetzt Mohammed ja gewisse Kontakte zu Christen gehabt haben soll, ist der Jesus, den der Koran benennt, der im Übrigen nicht Jesus heißt, sondern Isa, deshalb spreche ich jetzt immer nur von Isa, ist das der Jesus der Bibel des Neuen Testamentes? Und hierzu möchte ich Folgendes anmerken, es steht in Sure Kapitel 5, was Mohammed verstanden haben meint, ja, zu verstehen haben meint, was im Letzten die Trinität ist also, dass die Christen einen Gott anbeten, der sich in drei Personen offenbart. Und er sagt hier in Sure 5, Vers 116, und wenn Allah sagt, oh Isa, Sohn Mariams, bist du es, der zu den Menschen gesagt hat, nehmt mich und meine Mutter außer Allah zu Göttern, wird er sagen, preis dir, es steht mir nicht zu, etwas zu sagen, wozu ich kein Recht habe. Das heißt, Mohammed zitiert hier etwas und nimmt etwas auf, was wahrscheinlich einige dieser christlichen Sekten mit vertreten haben, im Letzten ein trinitarisches Verständnis nach dem Motto, okay, Isa, also Jesus, ihr Verständnis und Gott, der Vater und Miriam, also im Letzten Mariam ist Maria, daraus besteht die Dreieinheit, das ist falsch. Und ich rede jetzt noch gar nicht mal über die Bedeutung der biblischen Trinität, sondern diese Tatsache, dass Maria, Jesus und Gott, der Vater die Trinität bilden, ist biblisch falsch, weil das Neue Testament klar von Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist spricht und nicht von Maria. Und das zeigt an dieser Stelle schon, dass der Koran ein falsches Bild der Trinität hat. Ich kann auf die Trinität an dieser Stelle nicht näher darauf eingehen, das würde den Rahmen des Vortrags sprengen. Ich möchte aber auf Folgendes noch eingehen, weil der Koran uns ja eine Gegenüberstellung gibt, wenn wir die Bibel nur zur Hand nehmen. Wir lesen nämlich im Koran, dass tatsächlich einige Abrisse der Bibel vorzufinden sind. Das heißt, er hat wohl einiges von diesen christlichen Sekten gehört, was wohl aus der Bibel stammt und was in Übereinstimmung mit dem Jesus der Bibel ist, aber auf der anderen Seite sich nochmal sehr krass unterscheidet, auf was wir gleich kommen. Hier sehen wir ein paar Gemeinsamkeiten. Auch Isa, also diese Karikatur von Jesus im Koran, wurde von der Jungfrau Maria geboren, so sagt es der Koran. Isa wird als Wort Gottes, als Kalam Allah bezeichnet. Isa wird als der El-Messi, Isa El-Messi bezeichnet, als der Messias. Es wird gesagt, dass er Wundertat, es wird gesagt, dass er ein Prophet war. Hier haben wir schon mal etwas entscheidend Unterschiedliches, während das andere ja eigentlich so auch ähnlich in der Bibel zu finden ist. Unten finden wir, dass Jesus als der Prophet bezeichnet wird. Und zwar als der Prophet, wir sehen die Stelle hier in Johannes 4, der in 5. Mose 18 erwähnt wurde, wo Mose sagt, es wird unter euch ein Prophet ausstehen wie ich. Das finden wir allerdings nicht so im Koran. Das führt uns zu den Entscheidungen und zu den entscheidenden Unterschieden. Und hier ist es, wo sich Isa und Jesus trennt, wo wir feststellen müssen, dass der Isa des Korans nicht der Jesus der Bibel ist. Isa, es heißt im Koran in Surah 19, Allah hat keinen Sohn. Die Bibel sagt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Isa wurde erschaffen, sagt Surah 3. Jesus wurde nicht erschaffen. Er Abraham war, bin ich, sagt er in Johannes 8. Isa ist nur ein Mensch. Das Neue Testament sagt, dass Jesus Christus zu 100% Gott ist und zu 100% Mensch ist. Isa starb nicht am Kreuz. Es heißt eindeutig im Koran, dass er nicht am Kreuz starb. Sie sagen, es war, dass da jemand ähnliches dort hing, so sagen sie es. Insofern stand er auch nicht auf, aus den Toten. Auf er stand er nicht. Das Neue Testament sagt klipp und klar und auch das historisch valide Zeugnis, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, nach drei Tagen auferstanden ist, dass er aufgefahren ist in den Himmel und ja, dass er am Kreuz sein Leben gelassen hat, um die Menschen mit Gott zu versöhnen, dass jeder, der zu Jesus Christus kommt und glaubt, dass er für ihn am Kreuz starb und das Gericht Gottes, was über uns Menschen im letzten steht, auf sich nahm, Vergebung der Schuld bekommt und ein neues Leben empfängt und aus diesem neuen Leben, was er empfängt, auch dann fortan lebt. Aber hinaus sagt der Koran eben, dass Isa nicht Gott ist und viele Stellen in der Bibel belegen, dass Jesus Christus Gott ist. Und an dieser Stelle merken wir den Unterschied zwischen Koran und Bibel. Viele sagen, wir haben doch im letzten den gleichen Gott, aber das ist nicht so, bei weitem nicht so. Was haben diese Stellen gezeigt und eine Religion, die Jesu Tod am Kreuz leugnet und auch seine Gottheit leugnet, hat nichts mit dem Christentum zu tun, können wir an dieser Stelle auch nicht gleichsetzen. Wir kommen also zum Weiteren, es ist nachdem Mohammed in Mekka war und er dort eine wichtige Person zur Seite bekommen hat mit seiner Frau Hadidja, die auch viel Reichtum mit sich brachte, kam es dann dazu, dass sie starb. Sehr einschneidendes Erlebnis Er nimmt sich dann eine weitere zur Frau und Achtung, das ist die sechsjährige Tochter seines Gefährten Abu Bakr Aisha so berichtet, dass er mit neun Jahren den edlichen Verkehr mit ihr vollzog. Angesichts stärkeren Verfolgung Mohammeds und wir wissen, dass er noch mehrere Frauen später hatte, angesichts der Verfolgung Mohammeds und der Ablehnung seiner Lehre in Mekka siedelt er jetzt mit seinen Gefolgsleuten nach Medina. Medina hieß damals Yadrib, wir finden hier nochmal die Entfernung auch, Mekka unten und Medina oben, Yadrib hieß es vorher und Medina, das heißt übersetzt vom Arabischen die Stadt, warum? Weil es die Stadt des Propheten war, so wurde sie von da an auch genannt, weil Mohammed jetzt in dem Jahr 622 zu immer mehr Macht dort kam und man bezeichnet im Übrigen auch diese Übersiedlung nach Medina als Hitschra und mit dieser Übersiedlung und mit dieser Anerkennung Mohammeds dort vor Ort und Aufstieg und wo er immer mehr politische Macht auch im letzten auch zu politischen Führer erkoren wurde, mit genau diesem Ereignis mit dem Jahr 622 beginnt die islamische Zeitrechnung und das ist interessant, sie beginnt nicht mit seinen Offenbarungen, sie Wir müssen das verstehen, weil der Islam und die Politik nicht sich voneinander trennen lässt, laut islamischem Verständnis. Es gibt keine Trennung zwischen Staat und Religion, es gibt keine zwei reiche Lehre, wie es die Reformatoren und im letzten auch die Heilige Schrift lehrt. Im Islam gibt es keine solche Trennung und deshalb muss auch ein islamischer Staat laut muslimischem und islamischem Verständnis im letzten darauf hinzielen, die Scharia zum Gesetz zu machen. Nun kann man sich vorstellen, dass nicht alle in Medina sehr erfreut über Mohammed waren und seine Lehren in Medina gab es einige jüdische Stämme, welche zu Beginn ihm bzw. er auch ihnen wohl besonnen war, sie tauschten sich aus und er versuchte sie zum Islam zu gewinnen, zu seinen Lehren und argumentierte mit ihnen, nahm auch die gleiche Gebetsrichtung Richtung Jerusalem zunächst, feierte auch das Passafest mit und den Juden erklärte er nämlich dann, dass er der Prophet sei, auf den sie im letzten noch warten würden. So sagte er es. Also er meinte quasi der Prophet von 5. Mose 18 zu sein, was die Juden aber verwarfen, weil sie merkten, dass er nicht diese Kriterien erfüllte und insofern lehnten sie Mohammed ab. Und es kam an dieser Stelle dann zu einer kriegerischen Ablehnung auch. Es kam zu einer Auseinandersetzung der Schlacht von Badr. Und hier zeigt sich nun die Anfänge des wahren politischen Islams. Mit dem die muslimische Zeitrechnung eben begann. Und Mohammed hatte mittlerweile einiges an Gefolge. Er brauchte auch aufgrund des immer mehr Unterstützung, also auch finanzieller Natur, uns überfielen einzelne Karawanen, die von Mekka kamen. Das führte eben zu dieser Schlacht von Badr. In 624, welche die Muslime trotz Unterlegenheit dann für sich gewannen. Es wollten weitere Schlachten und es kam zu einer Vertreibung eines ersten jüdischen Stammes, des Banu Kainukka Stammes aus Medina. Und ich möchte an dieser Stelle einen Exkurs angehen, einen weiteren Exkurs zum Thema Mohammed und Juden. Das ist der dritte Exkurs Mohammed und die Juden. Was hat es damit auf sich? Eine Suche vorweg, es steht in Suche 5, Vers 51. Oder ihr glaubt, nehmt nicht die Juden und die Christen zu Freunden. Sie sind Freunde gegeneinander und wer von euch sie zu Freunden nimmt, der gehört für wahr zu ihnen. Wahrlich aller weist nicht dem Volk der Ungerechten den Weg. Der Kontext hierbei war, Mohammed war in der Verfolgung in Mekka. Mohammed spricht zu den Juden und erzählt ihre Geschichte von Mose, das Gesetz, von den Tafeln und von dem goldenen Kalb. Und jetzt muss man sich folgendes vor Augen führen, dass genau in diesem Kontext die folgende Aussage gehört, als sie dann das missachteten, so sagt es quasi Mohammed, wie die Juden sich damals am Berg verhalten haben sollen, dass dann Allah gesagt haben soll, werdet verstoßene Affen. Und hier haben wir etwas Entscheidendes. Dieses Bild, das Juden, aber übrigens auch Christen mit Affen und auch später Schweine verglichen werden, das kommt aus dem Koran. Und wir finden eine weitere Stelle in Sure 2 Vers 65 und ihr kennt doch denjenigen von euch, die den Sabbat übertraten, da sagen wir zu ihnen, werdet verstoßene Affen. Es gibt manche, die sagen, ja das wird doch nur metaphorisch zu deuten sein, aber im Arabischen finde ich nirgendwo ein Wie. Und auch die ersten Kommentatoren wie Ibn Yitzhak nehmen diese Aussage wörtlich fünf bis sieben Jahre nach der Hitschera kam es dann dazu, dass zwei jüdische Stämme, wie bereits schon angedeutet durch Mohammed vernichtet wurden. Und in diese Situation passt auch Sure 5 Vers 60, wo es heißt, soll ich euch, damit ist das Volk des Buches gemeint, das meint, übersetzt eigentlich, das Volk des Buches, nämlich sowohl die Juden als auch die Christen, soll ich euch kundtun, was als Belohnung bei Allah noch schlechter ist, diejenigen, die Allah verflucht hat und denen er zürnt und aus denen er Affen und Schweine gemacht hat und die falschen Götter und Dienen, diese befinden sich in einer noch schlechteren Lage und sind noch weiter vom rechten Weg abgeirrt. Und hier bezieht er sich auch auf die Christen, weil er den Christen quasi im Götzendienst vorwirft, weil er sagt, okay, wenn die Christen an die Trinität glauben, dann sind das drei Götter, aber er hat die Trinität nicht aus ihnen dann eben auch Affen und Schweine gemacht werden von Allah. Und dieser Vorwurf findet sich in unterschiedlichen Schulbüchern auch wieder. Diese Aussage finden wir in Schulbüchern sowohl in Saudi-Arabien und anderen muslimischen Ländern, wo Juden und Christen als Schweine bezeichnet werden und Affen. Und man beachte damit auch den antisemitischen , antijudaistischen Einfluss durch viele muslimische Flüchtlinge, der automatisch dadurch auch mitgebracht wird, wenn sie aus diesem Gedankengut importieren, mit sich bringen. Und deshalb sprechen viele muslimische völker Israel das Existenzrecht ab. Sie sprechen Israel das Existenzrecht ab, aufgrund ihres Glaubens, aufgrund der Lehre, die Mohammed im Koran niedergeschrieben hat. Und es ist erschreckend zu sehen, dass mittlerweile auch China damit angefangen hat. Israel auf ihrer sehr großen Suchmaschine Baidu von ihrer Landkarte zu entfernen. Es ist erschreckend, wenn wir den Einfluss dieses Antisemitismus sehen, der dem Staat Israel das Existenzrecht abspricht. Und wir sehen noch eine weitere Stelle, die ich hier anfügen muss, bevor wir zum Licht der Bibel kommen, weil das aus der Eskathologie, aus der Endzeitlehre des Islams kommt. Das heißt, die Muslime glauben auch daran, dass die Geschichte einmal ein Ende haben wird und sie glauben daran, dass in der letzten Zeit, wenn das soweit sein wird, sich Folgendes zutragen wird. Und hier wieder eine Hadith aus Sahi, Muslim. Es wird gesagt, die Stunde wird nicht schlagen, das heißt die letzte Zeit, bis die Muslime die Juden bekämpfen und töten, sodass die Juden sich hinter Steinen und Bäume verstecken. Die Steine oder Bäume sagen jedoch, oh Muslim, oh Diener Gottes, ein Jude versteckt sich hinter mir, komm und töte ihn. Diese Aussage wird vom Islam als solches verstanden und auch als Motivation, im Prinzip eine feindliche Haltung gegenüber Juden zu haben. Und ich komme nachher im Dschihad nochmal auf diesen Aspekt zu sprechen, weil auch gerade diese Aussage hier im Kontext der Ereignisse vom 7. Oktober Verwendung gefunden hat, wo ein Beweggrund war, weshalb die Muslime Israel so brutal überfallen haben und Juden hingemordet und hingeschlachtet haben. Soviel zum Thema Mohammed und die Juden. Wir sehen die antisemitischen Züge und fragen, was sagt die Heilige Schrift dazu? Nun, wir sehen, dass Jesus selber in Johannes 4, Vers 22 sagt, das Heil kommt aus den Juden. Jesus selbst war ein Jude. Und ja, Jesus selber sagte in Johannes 14, Vers 6 zu seinen Jüngern, die ja auch Juden waren, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, keiner kommt zum Vater als nur durch mich. Aber schauen wir mal, was in Römer 9, Vers 1 bis 4 noch zu finden ist, wo Paulus, der selber auch ein Jude war, ein Pharisäer, wie er es sagte, aus dem Stamm Benjamin, er sagte, ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt, im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerzen in meinem Herzen habe, ich wünsche nämlich selbst von Christus verbannt zu sein, von meinen Brüdern, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen. Paulus sagt hier nicht Gehörten, er spricht im Präsens Gehören. Und er sagt damit verbunden, dass Gott sich das Volk Israel erwählt hat und für das Volk Israel auch noch besondere Verheißungen hat, aber dass er sich so sehr wünscht, dass sie das Entscheidende verstehen, dass Jesus für sie gekommen ist, als ihr Messias und auch für sie ihr Leben am Kreuz gelassen hat. Und damit verbunden sagt Paulus später in Römer 11 noch weiterhin, dass Israel eine besondere Verheißung zukünftig hat, da hier auch gesagt wird, dass wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen sein wird, dann auch ganz Israel errettet werden wird. Und das heißt dann später, und das ist nochmal sehr interessant, Vers 28, hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen, weil sie das Evangelium ablehnen, weil sie Jesus als Messias leugnen, hinsichtlich der Auserwählung, aber Geliebte um der Väter willen. Und gerade im Hinblick auf die Verheißung, die Landesverheißung, das ist ein sehr besonderes Kapitel und sehr besonderer Vers in Amos 9, Amos Kapitel 9 am Schluss, wo Gott sagt, ich werde euch in euer Land zurückbringen und nicht mehr hinausreißen. Ein weiterer entscheidender Hinweis auf Israel, Assistenzrecht im Land Israel. Nachdem wir uns das vor Augen geführt haben und geschaut haben, wie Mohammed und die Juden, die das Verhältnis beziehungsweise seine Positionierung auch dazu war, möchten wir noch eine weitere Route beschreiten, nämlich einen weiteren Exkurs machen zu Takiyah. Und ich werde gleich erläutern, was Takiyah ist. Im Jahr 628 kam es nämlich zu einem in der islamischen Geschichte recht bekannten Friedensvertrag von Hudaybiyah mit den Kudaish aus Mekka. Wir erinnern uns, dass Mohammed aus diesem Stamm im Letzten auch herauskam und Mohammed beabsichtigt, aufgrund einer Vision, die er erhalten haben soll, eben eine Pilgerreise nach Mekka zu machen, um dort zur Kaaba zu kommen und zu dieser Kaaba, die laut muslimischem Verständnis das Haus Ismail sein soll. Wie gesagt, sie führen sich zurück auf Ismail, laut ihrer Überzeugung. Und natürlich bekamen die Mekkaner das mit, dass er kommt und dass er nicht mit gerade wenigen kommt. Und deshalb zogen sie ihm entgegen mit einem großen Herr und verhandelten dann an dieser Quelle, an Hudaybiyah. Und es kam dann dort zu diesem Vertrag von Hudaybiyah. Und Mohammed und seine Gefährten, sie gingen diesen Vertrag ein und das war eigentlich sehr enttäuschend, weil der Vertrag, den sie mit diesem Kudaish geschlossen haben, keine Beute und keine sonderlichen Vorteile, sondern eher Nachteile mit sich brachte, auf die ich jetzt nicht näher eingehen kann. Mohammed kam dann aber zurück nach Medina und da soll er Surah 48.1 empfangen haben, wo Allah ihm sagen ließ, ja, wir haben euch heute einen deutlichen Sieg verliehen und seine Gefolgschaft fragte, wo ist denn hier bitte der Sieg? Wo ist der Sieg bei dem, was wir hier vorfinden? Du hast uns doch eigentlich nur hier mit Preis gegeben. Und das Interessante ist, wiewohl dieser Friedensvertrag auf zehn Jahre angelegt war, kam es dann 629 zu einem Zwischenfall, wo Mohammed sagte, wir haben einen Vertrag gemacht, sorry. Allah hat seine Meinung geändert und er empfing entsprechend eine Jure, die ihm quasi dann die Erlaubnis gab, diesen Vertrag zu brechen. Und das Entscheidende und Wichtige an dieser Stelle ist, und das führt uns eben gerade auch zu diesem Exkurs, Allah im Koran hat laut den Muslimen 99 schöne Namen. Er hat aber noch mehr Namen als solche, noch mehr Bezeichnungen. Und einen Namen, der offensichtlich nicht unter diese schönen Namen fällt, finden wir in Sure 3, Vers 54. Und er hängt zusammen mit diesem Begriff Takiyah. Takiyah ist nämlich ein Prinzip, worauf ich gleich noch näher eingehe. Und sie, nämlich die Juden, schmiedeten Ränke oder Listen. Und auch Allah schmiedet der Listen. Und Allah ist der listigste, der beste Ränkeschmiede. Ränkeschmieden ist sehr soft übersetzt, das müsste wirklich Listen oder List meinen. Hier wird gesagt, dass Allah listig ist. Warum ist das interessant? Ich muss an dieser Stelle schon ein Licht aus der Heiligen Schrift vorweg greifen. sagen, wir finden in 1. Mose 3, Vers 1 die Beschreibung von einem Wesen, der Schlange. Und es wird in 1. Mose 3 dieser Schlange eine Eigenschaft zugeordnet. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere. Das fällt es. Und aus Offenbarung 12, Vers 9 wissen wir, wer diese Schlange ist, dass es Satan ist. Und es ist interessant, dass in der arabischen Übersetzung des Alten Testamentes in 1. Mose 3, Vers 1 das Wort Makre auch zu finden ist, das mit Makre zu verbunden ist. Genau mit dem Wort verbunden ist, womit Allah bezeichnet wird in Surah 3, Vers 54. Und es wird hier gesagt, er ist listig, er schmiedet die besten Pläne, die listigsten Pläne. Und deshalb gibt es eben auch dieses Prinzip Takir, was im letzten Jahr eine Möglichkeit ist, für den Muslimen, also die Erlaubnis gibt zu lügen, wenn es dem Islam dient. Also Takir heißt übersetzt, es ist alles erlaubt, was dem Islam in irgendeiner Art und Weise nützt. Und Wiss und Betrug gehören entsprechend auch dazu. Und so haben wir ein Beispiel aus weiteren Hadiths und ich erinnere daran, dass die Hadiths auf selbiger Ebene liegen wie der Koran, weil sie eben den Koran auslegen. Wenn immer ihr einen bestimmten Eid geschworen habt, so sagt es Sahih al-Bukhari und findet dann heraus, dass eine andere Weichenstellung von Vorteil wäre, so brecht den Eid und tut das Bessere. Das ist das, was Takir meint. Dass man auf der einen Seite sagen kann, weißt du, ich finde Demokratie super, ist doch klasse. Oder weißt du was, ich habe kein Problem mit deinem Jesus, den nehme ich auch gern dazu, aber später ändert sich dann die Situation, wenn sich die Machtverhältnisse geändert haben. Und genau deshalb ist Takir auch ein Unterpunkt von Dschihad, auf dem wir gleich noch zu sprechen kommen. Und Dienst zur Verbreitung, aber auch zum Schutz, wie sie sagen, des Islams. Ich möchte ein Beispiel aus der Geschichte herausgreifen von Yasser Arafat. Yasser Arafat wurde besonders deshalb bekannt, weil er die PLO, Palestinian Liberation Organization, angeführt hat. Und er hat eben, oder er war dann eben auch maßgeblich mitbeteiligt bei den sogenannten Oslo-Verträgen von 1993, wo ein Friedensvertrag geschlossen wurde zwischen Israel und zwischen der PLO, zwischen Arafat. Und es gab viele der muslimischen Menschen, die aus den arabischen Staaten dann gesagt haben, wie kannst du mit unserem Feind einen Vertrag schließen, mit dem jüdischen Volk? Und schauen wir mal, was Arafat dann 1993 gesagt hat, in Johannesburg, auf Arabisch, in einer Rede. Er sagt, dass dieses Abkommen, was er geschlossen hat, nichts anderes war, als das, was der Prophet Mohammed vorher damals mit dem Kuraish an dieser Quelle Hudaybiyah geschlossen hat. Und in jeder Zeit, wenn Gott es ihm offenbaren würde, auch wieder gebrochen werden kann. Das ist Takiyah. Und hier schließt sich der Kreis zu diesem Vertrag, den Mohammed damals auch kurze Zeit später dann gebrochen hat. Das ist Takiyah und ein weiteres Gesicht des Islams. Ich sage nochmal an dieser Stelle, das heißt nicht, dass jeder Muslim erstens das genauso praktisch lebt. Ich habe schon viele Muslime kennengelernt, die sehr ehrenwert sind und wo man sich natürlich auch gut verstehen, unterhalten kann und die sich auch an die Versprechen halten. Aber der Islam im Grundwesen gibt und gebietet gewisserweise auch dieses Prinzip und wir sehen das gleich noch im Dschihad. Kurz das Licht der Bibel im Umgang mit Lüge und Wahrheit. Wir wissen aus Jesaja 65, Vers 16, dass Gott, was wird hier gesagt? Hier wird von Gott gesprochen, dass er ein wahrhaftiger Gott ist. Da steht im Hebräischen ein Gott des Amens. Ein Gott des Amens ist. Das heißt, dass er, was er sagt, das hält er auch. Er ändert nicht mal einfach so seine Meinung. Im Psalm 15, Vers 4 lesen wir, Wer darf bei Gott wohnen, nur wer den Verworfenen als verächtlich ansieht, aber die er, die den Herrn fürchten, wer, wenn er etwas zu seinem Schaden geschworen hat, ist der noch Held. Oho, keine Rücktrittsklausel. An dieser Stelle hat er gesagt, dass wir wahrhaftig sein sollen und das finden wir an so vielen anderen Stellen auch und dass im letzten Jesus, wenn er in Johannes 14, Vers 6 sagt, dass wir ihm glauben sollen, dann sagt er, dass er die Wahrheit in Person ist. Dass wir die Lüge ablegen sollen und die Wahrheit anziehen sollen, weil wenn jemand Jesus nachfolgt, er der Sünde den Rücken gekehrt hat und damit verbunden auch der Lüge. Soviel zum Thema des Begriffes Takiyam und bevor wir zum nächsten Schritt kommen und uns den Frauen im Islam widmen, kommt es im Jahr 630 zu einem weiteren wichtigen Ereignis in der islamischen Geschichte, nämlich der Eroberung von Mekka. Mohammed sammelt eine Armee von ca. 10.000 Streitern um sich, marschiert nach Mekka, sie ergeben sich dann weitaus friedlich, Apostaten allerdings und auch Leute, die sich nicht freiwillig ergeben wollten, werden brutal hingerichtet. Mohammed säubert dann die Kaaba und vernichtet quasi sämtliche Götzen und richtet dann quasi eine Moschee dort auf und das ist eben heute dieser Pilgerort, wo eben auch Teil der Säulen des Islam sind, dass man die Hatsch machen soll, also wenn man nach Mekka entsprechend kommt, dort um die Kaaba reist, hat man die Hatsch gemacht und kann diesen Titel quasi auch bekommen, dass man das mal gemacht hat, hat seine Pflicht als Muslim erfüllt und darüber hinaus kommt es dann dazu, es ist sämtliche Nicht-Muslimen wird quasi der Zutritt zu dieser nach Mekka bis zum heutigen Tag verwehrt und es folgen viele Eroberungsbeutezüge, die dann zur Ausbreitung des Islams führen und den Islam zu einer Übermacht werden lassen. Und 36 kommt es dann zum ersten Aggressionsakt der Muslime gegen die byzantinischen Christen in Tabuk und in einem islamischen Kreuzzug mit 30.000 Dschihadisten zu einem heftigen Krieg Auseinandersetzung 632 ist es dann so, dass Mohammed stirbt, ohne direkt einen Nachfolger benannt zu haben und an dieser Stelle spaltet sich auch schon direkt der Islam einmal in die Schiiten und einmal in die Sunniten, was quasi die größte Abteilung innerhalb des Islams sind. Die Schiiten, wo vor allem der Iran steht, glauben an die Sukzession über die Verwandtschaft über Ali und die Sunniten glauben entsprechend, also Saudi-Arabien etc. über den Anführer Abu Bakr. Nun, nachdem wir das Leben Mohammeds studiert haben, wollen wir uns die Frage stellen, was sagt der Islam über den Umgang mit den Frauen aus? Ein weiterer Exkurs und wir finden darüber einiges, viele sagen, ja im letzten hat auch der Islam dazu beigetragen, dass Frauen emanzipiert wurden, da er die viele Polygamie wie gesagt begrenzt hat und als Muslime darf man maximal vier Frauen haben und so wird tatsächlich sogar auch argumentiert, dass er gerade gegen die Unterdrückung der Frau war. Wir gucken mal, was er selber sagt und so finden wir in Surah 4 Vers 34 folgendes. Wie sollen Muslime mit ihren Frauen muslimische Männer umgehen mit ihren Frauen wenn sie ihnen nicht gehorchen? Die Männer stehen in Verantwortung heißt es für die Frauen wegen dessen, womit Allah die einen von ihnen vor den anderen ausgezeichnet hat und weil sie von ihrem Besitz für sie ausgeben. Darum sind die rechtschaffenden Frauen Allah demütig ergeben und hüten das zu verbergende weil Allah es hütet und diejenigen der Widersetzlichkeit befürchtet Rebellion jetzt kommt's ermahnt sie meidet sie im Bett schlagt sie mit diesem Vers wird das Schlagen von Frauen nicht nur legitimiert sondern auch geboten wenn nicht das entsprechende Verhalten zum Tag geführt wird das gehört zu dem Wesen wie der Koran die Frau auch versteht als nämlich um es einfach mal vorweg zu greifen als minderwertig und dafür habe ich noch weitere Belegstellen so zum Beispiel aus einer Hadith es wird in Sahih Muslim gesagt im Buch 1 O Frauen ihr sollt spenden und um Vergebung beten denn ich sah euch in Massen unter den Bewohnern der Hölle eine weise Frau unter ihnen fragte warum ist das so dass so viele Frauen in der Hölle sein werden und jetzt finden wir eine Antwort Mohammeds er antwortet es liegt es liegt an eurem Mangel an gesunden Menschenverstand und dies kann auch aus der Tatsache beurteilt werden dass die Aussage von zwei Frauen gleich der eines Mannes ist und das ist ein Beweis für den Mangel an gesunden Menschenverstand Zitatende dieses Zitat stammt aus Sahih Muslim Buch 1 und es zeigt einmal mehr wie das Verständnis des Islams im Letzten ist doch anzuwenden ist nach Mohammed und wir finden eine weitere Stelle in Surah 2 Vers 223 Es wird an dieser Stelle gesagt eure Frauen sind euch ein Acker so kommt zu eurem Acker wann und wie ihr wollt das ist eine weitere Wertung an dieser Stelle auch die ja leider und das ist sehr tragisch wenn man das auch erlebt beziehungsweise mitbekommt wenn es zu Gewalttaten kommt ich sage damit nicht dass alle Muslime so handeln ich weiß auch dass Muslime es viele Muslime gibt die ihre Ehepartner sehr lieb haben aber der Islam im Letzten lehrt beziehungsweise gebietet auch diesen Umgang und entsprechend auch diese Unterwerfung der Frau und an anderer Stelle in Al-Tabari wird sogar auch von Frauen als Haustiere gesprochen das findet sich auch im Händauer dieser Verweis und wir fragen uns an dieser Stelle was sagt die Heilige Schrift zum Umgang zwischen Ehemann und Ehefrau gibt das Prinzip von Liebe und Respekt was die Heilige Schrift sagt gerade in Epheser 5 worauf diese Beziehung zwischen Mann und Frau ruhen soll es findet sich in Epheser 5 Vers 28 bis 29 folgendes ebenso sind die Männer verpflichtet ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihr eigenes Leib wer seine Frau liebt der liebt sich selbst niemand hat ihr sein eigenes Fleisch gehasst sondern ernährt und pflegt es gleich wie der Herr die Gemeinde hier steht ganz das Gegenteil davon dass man schlagen soll sondern dass man es pflegt dass man sich darum kümmert und kultiviert dass man wie nach Kolosser 3 Vers 19 das auch Paulus an anderer Stelle einmal sagt ihr Männer liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie ja es kann mal Auseinandersetzungen geben das ist ganz natürlich und um mal einfach ein Bild aufzugreifen von einem Autor der einmal sagte dass wenn es Konflikte in der Ehe gibt dann sollen die rechtzeitig bereinigt werden und je weniger man sie bereinigt umso mehr Windeln sammelt man in der Ehe an umso stinkiger wird es auch deshalb umso wichtiger ist dass man die Konflikte schnell ausräumt bespricht klärt und was sagt Paulus hier in Kolosser 3 Vers 19 seid nicht bitter gegen sie erbittert euch nicht erbost euch nicht 1. Petrus 3 Vers 7 eine weitere Stelle ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit euren Frauen als im schwächeren Gefäß zusammenleben und ihre Ehre erweisen weil ihr ja gemeinsame Erben also gleichwertige Erben der Gnade seid des Lebens damit eure Gebete nicht verhindert werden soviel zum Thema des Islams im Hinblick auf die Frau und was die Bibel dazu sagt und Gott hat Mann und Frau gleichwertig geschaffen aber nicht gleichartig das heißt dass Mann und Frau nicht die gleiche Aufgabe haben aber sie sind gleichwertig vor Gott und so steht es auch in Galater 3 dass in Christus weder Mann noch Frau ist sondern in der Soteriologie in der Lehre der Errettung beide gleichwertig sind und von Gott entsprechend ihre Plätze bekommen und so in der Ergänzung einander die nun auch im letzten Gott dienen sollen wir kommen zum letzten Exkurs dem Dschihad wir haben gehört dass Mohammed am Schluss sehr kriegerisch vorgegangen ist und es gibt viele Muslime die sagen ja das was Mohammed im letzten gemacht hat es waren doch alles nur Verteidigungskriege Mohammed musste sich doch gegen seine Aggressoren verteidigen wir müssen uns vor Augen führen dass ca. 80% der heutigen muslimischen Ländern einst mal christlich waren einst mal christlich waren das sei ein Ausrufezeichen gegen diese ganze sogenannte christliche Welt ein Warnhinweis dazu auch 80% der heutigen muslimischen Länder waren einst mal christlich und wir fragen was war für die Muslime für eine Gefahr aus Spanien aus Frankreich bis Indien denn hervorgegangen dass sie durch Mohammed erobert werden mussten nun im letzten not dass das der Islam die Welt in zwei Bereiche einteilt der Islam laut der islamischen Lehre teilt die Welt ein einmal in das Haus des Friedens darah salam und einmal in das Haus des Krieges darah harp das Haus des Krieges also das Haus des Friedens wo Frieden herrscht ist überall wo die Scharia herrscht überall wo der Islam herrscht das Haus des Krieges ist allerdings überall dort wo der Islam noch nicht herrscht man hat die sogenannten tja Schwertverse in unterschiedlicher Höhe zusammengesammelt ich habe jetzt hier einmal die Version von 149 das sind alles Verse aus dem Koran wo explizit zur Gewalt aufrufen auch diese finden sich aufgelistet in dem Handout das sind explizite Stellen wir wollen da jetzt mal etwas näher rangehen weshalb die Chronologie so entscheidend ist wir müssen uns ja daran erstmal nochmal erinnern lassen in der Anfangszeit wo Mohammed in Mekka aufgewachsen ist berufen wurde er hat dann schon Widerstand gehabt aber er ist dann geflohen weil er in der Unterzahl war er war relativ freundlich noch im Umgang mit den anderen und hat mit ihnen diskutiert es kam dann später dazu dass er in Medina war und dass sich dann eben entsprechend auch seine Zeit und sein Verhalten zu den Dissidenten geändert hat und das ist jetzt deshalb entscheidend weil viele von den unterschiedlichen Stufen des Dschihads sprechen die man hier mal mit drei da mal mit vier Stufen benennt ich habe jetzt hier einmal die vier Stufen des Dschihads die ich einmal ganz kurz erklären möchte was sie bedeuten was Dschihad insgesamt bedeutet Dschihad bedeutet erstmal übersetzt das Mühen für etwas aber wie sich das Mühen jetzt kennzeichnet man hört hier im Westen wenn man mit Muslime spricht Dschihad heißt doch im letzten einfach nur ich kämpfe gegen die Sünde in mir oder es kann sein dass das auch mit gemeint ist aber Dschihad ist so viel mehr es gibt zum einen den stillen Dschihad es gibt zum anderen diesen Dschihad wo es um den defensiven Kampf geht darüber hinaus gibt es aber auch noch den Dschihad der das Verteidigungsgebot hat und dann noch einmal der offensive Angriff der Krieg wo es das Gebot ist zu kämpfen wir gucken uns das einmal an was ist der stille Dschihad nun man könnte im letzten eigentlich sagen und es gibt viele Beispiele die das auch belegen wo ich jetzt aber nicht die Zeit habe um das auszuführen aus der aktuellen Zeit dass im Westen Großteil der sogenannte Stille Dschihad praktiziert wird Mohammed sagt in Surah 109 Vers 1 bis 6 sag o ihr Ungläubigen ich diene nicht dem dem ihr dient und ihr dient nicht dem dem ich diene und ich werde auch nicht dem dienen dem ihr gedient habt und ihr werdet nicht dem dem ich diene euch eure Religion und mir meine Religion was für eine Toleranz was für eine Toleranz der doch im Westen nur gut geheißen wird doch ausgezeichnet ist doch wunderbar ja und schön wäre es wenn es auch wirklich dabei bliebe dem ist aber nicht so Mohammed als diese Surah offenbart war war in der unterzahlten Mekka und er ermutigte seine Nachfolger zum Ausharren da sie noch nicht genug Leute sind um entsprechend ihr eigentliches Ziel zu erfüllen ihren eigentlichen Auftrag der stille Dschihad zum stillen Dschihad kommt einfach erstmal akklimatisieren erstmal Fuß fassen erstmal die Infrastruktur aufbauen der defensive Kampf ist ein weiterer Schritt des Dschihads Surah 2239 spricht davon Surah 2239 spricht hier von der Erlaubnis zum Kampf es ist noch nicht das Gebot zur Verteidigung Mohammed befindet sich in Medina nachdem Mohammed und Co Karawanen überfallen haben und die Mekkaner entsprechend 624 kamen um beim Kampf in Badr gegen ihn zu kämpfen Ungläubige meint hier in erster Linie die Kuraish Mekkaner welche aus auch als Götzen die da bezeichnet werden und Dschihad spricht hier und es war chronologisch gesehen der erste Vers der jetzt hier von einem handgreiflichen Dschihad spricht laut Al-Tabari einem der Hauptkommentatoren des Islams und es wird hier gesagt Erlaubnis zum Kampf das heißt zur Verteidigung ist denjenigen gegeben die bekämpft werden weil ihnen ja Unrecht zugefügt wurde also hier okay es euch erlaubt euch zu verteidigen und dieser Vers abrogiert all das was vorher geschrieben ist nicht mehr euch eure Religion und mir meine Religion sondern sorry wenn du mich angreifst dann greife ich zurück an das ist hier quasi erlaubt die dritte Stufe die jetzt alles andere vorher abrogiert oder ersetzt ist Sura 66 Vers 9 der Kontext ist folgender Mohammed befindet sich schon einige Zeit in Medina als es um die Schlacht von Ut ging da waren die Ungläubigen hauptsächlich wieder die Kuraish von Mekka welche ihre Götzen entsprechend dienten aber auch Araber welche sagten sie seien Muslime und sich dann aber vom Islam abgewendet haben und während dieser Phase kamen dann auch die Juden dazu die Mohammed gerade zu Beginn noch hoffte eben für sich gewinnen zu können es aber ablehnen und was finden wir hier oh Prophet mühe dich gegen die Ungläubigen und die Heuchler ab und sei hart gegen sie ihr Zufluchtsort wird die Hölle sein ein schlimmer Ausgang es wird hier also gesagt sich abzumühen das ist das Verb von Dschihad das heißt sie zu konfrontieren und ihn hat auch zu verkündigen und sagen dass sie in die Hölle kommen und für Christen ist uns das jetzt nicht das Problem dass hier die Hölle erwähnt wird weil wir sehr wohl an eine Hölle glauben und auch sowohl vom Himmel aber auch von der Hölle sprechen und dass sich im letzten einmal alles daran entscheiden wird wie wir zu Jesus Christus stehen ob wir die Ewigkeit einmal im Himmel haben werden oder in der Hölle und Mohammed spricht hier von der Hölle und sagt mühe dich ab gegen ihn das heißt führe den Dschihad und wie heißt es dann weiter hier in Surah 2 und kämpft auf Allahs Wegen gegen diejenigen die gegen euch kämpfen doch übertretet nicht das heißt haltet euch an die Spielregeln und es wird hier gesagt kämpft gegen die die gegen euch kämpfen jetzt ist es quasi nicht nur die erlaubnis sondern auch das Gebot und dann haben wir die vierte die vierte Seite des Dschihad die Finale die vierte Stufe der offensive Krieg wird befohlen der Kontext hier ist dass wir in Medina uns befinden beziehungsweise Mohammed sich in Medina befindet und wieder nach Mekka gekommen ist die Heiden tötet die Juden und die Christen zu demütigen die er vor die er vor sich findet weil sie ihn abgelehnt haben und jetzt ist es folgendermaßen Surah 9 und Surah 9 das ist nochmal sehr entscheidend wenn wir gerade noch einmal die Chronologie anschauen wenn wir gerade auch nochmal gucken die 149 Schwertverse aus welcher Zeit sie vor allem stammen dann sehen wir dass es gerade in seiner letzten Zeit sind und wenn wir uns nochmal an die Abrogation erinnern das heißt die Ablösung der inhaltlich widersprüchlichen Aussagen dann ist das was zuletzt geoffenbarte das Gewalttätigste wo Mohammed am meisten Macht und Kraft hatte und Manpower das im letzten Aussagekräftigste und Surah 9 wird eingeleitet mit den Worten eine Lossagung von Seiten Allas und seinen Gesandten an diejenigen unter den Götzendienern mit denen ihr einen Vertrag geschlossen habt nach dem Motto alles wurde aufgelöst Allah hat seine Meinung geändert und das kommt nach einer kurzen Zeit nach gewissen Schutzmonaten zu diesem Vers zu diesem Vers 5 aus der Surah 9 das ist ein sehr bedeutender Vers das heißt wenn dann die Schutzmonate abgelaufen sind dann töte die Götzendiener wo immer ihr sie findet also nach dem Motto gibt ihnen die Chance umzukehren wenn sie es nicht tun dann ergreift sie belagert sie lauert ihnen aus jedem Hinterhalt auf wenn sie aber bereuen das Gebet verrichten und die Abgabe entrichten dann lasst sie ihres Weges ziehen gewiss Allah ist allvergeben barmherzig dieser Vers diese Verben tötet die Götzendiener ich sage nur mal damit es den Juden Christen und alle anderen im letzten auch gemeint wo immer ihr sie findet ergreift sie belagert sie und lauert sie auf aus jedem Hinterhalt auf das ist der sogenannte Schwertvers dieser Vers ist im Islam bekannt als Ayyad al-Saif das heißt dieser Vers des Schwertes also wird er von diesem islamischen wichtigen Kommentator Ibn Kathir bezeichnet und er abrogiert alles was zuvor geschrieben stand und jetzt ist der Aufruf zum Kampf und es heißt weiter oder ihr glaubt kämpft gegen diejenigen die in eurer Nähe sind von den Ungläubigen sie sollen in euch Härte vorfinden und wissen und wisstet dass Allah mit den Gottesfürchtigen ist es gibt viele andere Stellen die wir noch mit anführen könnten um diesen Dschihad zu beschreiben der Waffengewalt nicht nur erlaubt sondern gebietet um den Islam auszuweiten und alle die sich dem widersetzen sich zu beugen und es gibt aus einem Hadith-Schreiber Mishkat Al-Masabi die Aussage dass dem Dschihadist der quasi im Dschihad im Kampf Allah stirbt dem wird es eben entsprechend und die die Nachweisstelle findet sich im Handout unter dem Video dem wird es gewährt dass er einen Platz im Paradies bekommt dass er vor dem Gericht bewahrt wird vor der ewigen Hölle bewahrt wird eine Ehrenkrone und es wird dann auch gesagt dass er 72 70 Jungfrauen mit dunklen Augen bekommt da haben wir es das wird wie gesagt in einem Hadith-Schreiber überliefert und das ist interessant ich kann darauf nicht näher eingehen aber ein Muslim kann eigentlich keine Heilsgewissheit haben es sei denn er stirbt im Dschihad wie traurig ist das Muslime kennen keine Heilsgewissheit und wie schön ist es wenn wenn Jesus sagt wer zu mir kommt den werde ich nicht hinausstoßen und alles was mir mein Vater gegeben hat sagt er davor noch wird zu mir kommen und wer zu mir kommt den werde ich nicht hinausstoßen oder wenn ich zum einmal ich muss diesen Vers noch anführen weil der einfach nochmal das so krass kontrastiert was im Islam was Muslime nicht können nicht kennen Jesus sagt in Johannes 10 Vers 27 meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen und Jesus sagt an anderer Stelle wer mein Wort hört und wer an mich glaubt der mich gesandt hat der kommt nicht ins Gericht sondern er ist vom Tod zum Leben hindurch gedrungen und er sagt an dieser Stelle er hat ewiges Leben Johannes 5 was für eine trostreiche Zusage und damit komme ich zum Schluss es gäbe noch viel was wir hier anfügen könnten vor allem gerade eben auch was diese letzte Stufe des Dschihads mit sich bringt kurz ein anderes Zitat vielleicht das hier noch her gehört und was auch zu diesen zu diesen Schwertfersen passt es wird zum Beispiel gesagt in einer Anmerkung zu Sure 8 Vers 60 und haltet sie für sie bereit was sie an Kraft und an kampfbereiten Pferden haben könnt und ein Kommentator schreibt dann dazu alle Arten von Kriegsmitteln Raketen Messerattacken etc und damit und damit den Feinden Allahs und Eure Feinden Angst das heißt Terror Terror zu machen so wie anderen außer ihnen die ihr nicht kennt Allah aber kennt sie was immer ihr auf Allahs Wegen ausgebt wird euch in vollem Maßen zukommen und es wird euch kein Unrecht zugefügt ja Sure 8 60 spricht hier von dem islamischen Terror und hier in diesem Vers ist er im letzten zu finden was ist das Licht der Heiligen Schrift die Heilige Schrift sagt in Zachariah 4 Vers 6 dass Gottesreich sich nicht durch Macht nicht durch militärische Macht oder Kraft ausbreitet sondern durch Gottes Geist und es wird so häufig von Muslimen gesagt ja die Kreuzritter haben doch auch zu Gewalt gegriffen was ist denn damit keiner der Kreuzritter kann sich in irgendeiner Art und Weise auf ein Bibelfers berufen um zu sagen dass im Namen Jesu mit Schwert und Krieg das Christentum sich ausbreitet das ist das Argument was wir dagegen anbringen währenddessen die Muslime die quasi eben den Terror vertreten den Schihad in dieser Art und Weise auch ausleben sich explizit auf Mohammeds Leben berufen Stichwort die Hamas Stichwort Hisbollah Stichwort ISIS all diese Terrororganisationen berufen sich explizit auf diese Verse die Mohammed im Koran und darüber hinaus auch niedergeschrieben hat und dann noch ein Vers aus Johannes 18 Jesus sagt einmal mein Reich ist nicht von dieser Welt wäre mein Reich von dieser Welt so hätten meine Diener gekämpft damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde nun aber ist man reich nicht von hier wir sehen noch mal wie konträr der Islam und das Christentum an dieser Stelle ist dann noch mal 2. Korinther 10 dort finden wir diese wichtige Stelle wo Paulus sagt dass es um Gedankengebäude geht es geht nicht darum dass im letzten mit Waffengewalt hier man sich bedienen soll Christen sich bedienen soll sondern 2. Korinther 10 Vers 4 steht denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischig sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festung sodass wir Vernunftschlüsse Ideologien zerstören und jede Höhe die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus Gottes Wort so sagt es Hebräer 4 Vers 12 ist mächtig ist kräftig und das ist unsere Waffe die wir haben Gottes Wort und damit fühlen wir einen geistigen Kampf und ja an dieser Stelle kommt dieser Vortrag zum Schluss und wenn ich jetzt hier zum Schluss komme möchte ich noch Jesaja 45 Vers 14 erwähnen was ist das Licht der Bibel im letzten wir haben gesehen wie der Islam in seinem Wesen in seinen Wurzeln was für Züge er hat wie er sich verhält zum Thema Umgang mit der Frau mit Krieg mit Dschihad mit Wahrheit Lüge und was für Offenbarungen im letzten auch dahinterstehen es gäbe noch sehr viel mehr und ich habe dem Handout am Ende noch einen Literaturhinweis mit einigen Quellen die sehr reichhaltig sind worauf ich das weitere Studium empfehlen möchte Jesaja 45 spricht einmal davon dass von einer Zeit wenn der Herr Jesus wiederkommt und sich ja alle Menschen vor ihm einmal beugen werden und wenn er von Jerusalem aus regieren wird und interessanterweise wird dann gesagt dass sämtliche Völker von Ägypten von Kursch von Sabea im letzten alles diese Völker die muslimischer Natur momentan sind werden dann nach Israel kommen und den Gott Israels anbeten der in Jesus Christus sich uns geoffenbart hat und sagen wird nur bei dir ist Gott und sonst gibt es gar keinen anderen Gott und das ist interessant weil dieser Wortlaut da bekennen sie im letzten nicht ihr Allah und Mohammed ist das wahre sondern im letzten Yahweh der Gott der Heiligen Schrift der sich in Jesus uns gezeigt hat es gibt keinen Gott außer den Gott der sich in Jesus Christus uns geoffenbart hat und darauf verweist Jesaja 45 und dazu lädt die Bibel ein an anderer Stelle sagt einmal Gott wendet euch zu mir und Jesus sagt kommt zu mir die ihr mühselig und beladen seid ich will euch erquicken und Jesus sagt dass noch die Gnadenszeit ist dass es noch heute heißt und dass wenn du dich noch nicht zu Jesus Christus bekehrt hast dass sein Wort dich heute hiermit einlädt zu ihm zu kommen er hat am Kreuz sein Leben für dich gelassen er ist für dich gestorben und nach drei Tagen auferstanden und wurde von Gott damit bestätigt damit du ewiges Leben haben kannst wenn du darauf vertraust dass er das Gericht Gottes das eigentlich dir und mir gegolten hat auf sich genommen hat und er lädt dich ein zu sich zu kommen und dir all deine Sünden zu vergeben und Philippa 2 spricht von einem Tag wo gewiss kommen wird ja wo der Herr Jesus wiederkommen wird und genau dieser Vers passt zu dieser Stelle aus Jesaja 45 denn hier wird gesagt nachdem Jesus gelitten hat gekreuzigt gestorben gegraben und auferstanden dann heißt es darum hat Gott ihn nämlich Christus auch über alle Maßen erhöht in der Auferstehung aber auch in der Himmelfahrt und ihm einen Namen verliehen der über alle Namen ist damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters die Heilige Schrift das sagt dass eines Tages sowieso jedes Knie mal beugen wird aber es geht darum es jetzt schon zu tun es freiwillig zu tun und Jesu Herrschaft anzuerkennen und ein Leben in voller Fülle zu leben dass Jesus Christus dem gibt der ihm vertraut ich möchte zu diesem Fazit kommen wir haben jetzt nicht darüber gesprochen wie man mit Muslimen über Jesus reden kann diese Hilfestellung die ich jetzt gegeben habe das ist sehr wichtig um das auch tun zu können um zu wissen woher die Denke im Islam generell kommt das heißt nicht dass ein Muslim das im letzten schon so verstanden hat häufig ist es eher auch so dass man Muslimen erstmal den Hintergrund verstehen geben muss oder erklären muss woran sie im letzten auch glauben weil sie vieles einfach nur so angezogen bekommen haben oder es im letzten noch gar nicht richtig studiert haben aber wie man jetzt mit Moslems über Jesus reden kann das ist ein weiteres Kapitel dazu würde uns jetzt ein neuer Vortrag nötig sein und den gibt es auch schon darauf möchte ich an dieser Stelle noch verweisen es gibt einen Vortrag den ich einmal gehalten habe unter dem Titel wie kann man Moslems Jesus bezeugen beim CMV Verlag und der DVD die möchte ich an dieser Stelle noch einmal empfehlen und von diesem Vortrag sind genau diese zehn Punkte rausgenommen die dort auch noch und noch einiges mehr erläutert werden und zwar sei ein echter Freund sei kompromisslos was deinen Glauben betrifft gebrauche das Wort Gottes befinde dich beständig im Gebet stelle Fragen die zum Nachdenken anregen höre aufmerksam zu sei aber bestimmt in dem was du sagst und stell deinen Glauben transparent dar übe dich in Geduld kenne unnütze Hindernisse und räume sie aus dem Weg versuche Vorurteile abzubauen und die biblische Wahrheit mit dem Leben zu verknüpfen und das sind einfach ein paar Hinweise die uns helfen Moslems mit Jesus mit dem echten Jesus der Bibel bekannt zu machen auf das sie eines Tages auch in der Ewigkeit bei ihm sein mögen Vater im Himmel und wir danken dir dass du uns mit deinem Wort das Licht geschenkt hast was unseren Fuß leuchtet was uns den nächsten Schritt leuchtet Herr und wir können nichts ohne dich und wir haben es nicht verdient dass wir dich kennen dürfen Herr wir danken dir von ganzem Herzen dass Jesus Christus gekommen ist und uns Errettung gegeben hat und auch mich errettet hat danke Herr Jesus dass du auch wiederkommen wirst und Herr wo jetzt diese Lehren des Islams angesprochen wurden bitten wir dich von ganzem Herzen um dein Erbarmen dass du noch viele Muslime in dein Licht führst dass du sie aus diesem Wesen des Islams in das Reich deiner Liebe führst dass sie echte Liebe kennenlernen dass sie dich kennenlernen dass du großer Gott als Vater dich geoffenbart hast der sich über seine Kinder erbarmt der sich ja annimmt und wir danken dir von ganzem Herzen dafür dass du in deinem Wort uns so klare Richtlinien auch gegeben hast die uns Licht geben für den Alltag für den Umgang in Ehe, Familie aber auch sonst danken wir dir für dein gütiges Wesen und bitten dich dass dein Reich kommt Herr wir bitten um deinen Segen nur dem jüdischen Volk schütze und bewahre du das jüdische Volk gerade auch jetzt in dieser Zeit und mögest du es auch schenken dass noch viele Juden auch zum Glauben an Jesus Christus kommen darum bitten wir dich in Jesu Namen Amen 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 Vielen Dank.